Hallo Leute, herzlich willkommen im August-Torch-Museum. Wir haben für euch das Beste rausgesucht, was uns allen gefallen hat. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was wollen Sie? Guten Tag. Okay. Hier, bitteschön. Mach dann einen Mark, bitte. Danke. Das ist eine Datsche. Man nennt es heute Bungalow. Und früher hat man hier Urlaub gemacht. Manchmal, also meistens, baut man die Bungalows oder Datschen an Talsperren. Hier ist das Wohnzimmer. Hier hat man geschlafen und Fernsehen geguckt. Hier hat man eigentlich fast alles gemacht. Hallo. Das hier ist eine Toilette. Hier hat man eigentlich sein Geschäft gemacht und Zähne geputzt und andere Sachen. Das ist eine alte Tankstelle. Und früher, wo es noch keine Tankstellen gab, da haben die alten Leute im 19. Jahrhundert oder schon später, haben sie in der Apotheke noch das Benzin gekauft. Ach, du weißt schon, wohin. Auf der Karl-Marx-Straße. Dienstags haben die doch immer auch. Das ist jetzt das Ende. Kommt auch gern mal her. Es hat uns gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.